okay das war schon wieder was mache ich da mit meiner hand was geht ab leute die letzte folge von der reaction kam bei euch richtig richtig gut an und deswegen dachte ich mir komm haust du noch meine zweiten part hinterher und um ganz kurz noch eine frage zu beantworten wir haben in der letzten folge ein paar in die kommentare geschrieben wieso nimmst du mit webcam auf wenn du eh dein gesicht sind hier das leute das ganze liegt einfach daran dass ich mir werfen aufnehmen dass man zum beispiel reactions sehen kann wie wenn ich zum beispiel in der letzten folge einfach weg oder ich meine kopfhörer runter tue das kann man nämlich nicht sehen wenn ich ohne wippen aufnehmen deswegen mache ich das ganze leute und zu dem video was heute recken leute hier special video mit meiner oma und hier special video mit der oma 2 auf das reagieren wir nicht weil 20 minuten da hocke ich habe morgen noch dran und ich sehe sogar leute ein unterschied ist dass dieses video auf nicht gelistet ist das heißt dass sie jetzt über dem video links ich war ich glaube ich mache das video sogar mal wieder auf öffentlich weil es so peinlich ist leise nicht gelistet getan und mir fällt direkt schon ein unterschied am anfang auf beschreibung hinzufügen ich habe damals ohne spaß keine beschreibung gemacht wird aber ich würde sagen wir klicken hier einfach mal drauf keine beschreibung wenn ich dieses bild hier schon wieder sehen wenn ich das hier oder das hier sehe oder das hier halt doch wieder leute ich würde sagen wir fahren es mal an sondern ich habe direkt gestoppt 60 aufrufe 8 likes ein dislike ist auf jeden fall stabil kommentare gibt es hier keine war auch nicht anders zu erwarten aber leute ich mir sagen qualität nicht höher als 720p ok ich habe damals hier leute mit kein maß und mit power detector geschritten dagegen nicht mehr als 720p das mit abstand das schlechteste intro das ich je gesehen habe das war mir einfach nur die zahlen ich mache schon mal den kopf herunter schau dich mal wie die zahlen wie die buchstaben alleine da nur durchliegen all das das peinlich und die qualität ist so richtig schlecht hey yo leute ich bin die oma ja auf jeden fall gestern zwei stunden mit dem zug mega mega nervig leute und zwar was ich heute mit euch fort und ein paar sekunden später wenn ich das hier schon wieder sehe leute wenn ich das hier schon wieder sehe mit so einem richtig fetten abonnieren bild mein gesicht sind hier mit so einem fetten like bild dass man fast gar nichts mehr sieht das gesicht meiner oma zensiert junge du kannst auf youtube gehen da gibt es nämlich im bearbeitungsmodus geht es nämlich so eine funktion die nennt sich gesichter unkenntlich machen da macht das youtube automatisch im spiel und zwar ein zeitrennen leute was mache ich da mit meiner hand was mache ich da mit meiner hand alter ich würde sagen fangst du an ja ok leute meine oma fängt an nein ach nein 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 cutte doch cutte doch cutte doch oh man ich glaube das video ist nicht ohne grund auf nicht gelistet ich hoffe leute ich überliebe diese fünf minuten mit euch so leute also meine oma wird auf jeden fall anfangen hier hier schön die zeit hier hier schon warum ich filme jetzt nicht im ernst mit meiner hand im bildschirm oh nein so denkst du gewinnst gegen mich ja und wie ja wie du schon fährst aber ich werde jetzt richtig gammelig auf jeden fall meine oma wird auf jeden fall das wie oft will ich eigentlich sagen auf jeden fall what the f**k gewinnen ich frage mich gerade leute warum habe ich damals nicht mit obs aufgenommen ja das geht noch ein bisschen besser aber du machst nur eine runde ja ich mache auch eine runde aber ich bin in der runde bestimmt 35 Sekunden übrigens ich habe meine aller bin ich da im stimmbruch oder was ist da los der beste zeiten von früher noch angeschaut ich hatte meine beste allerbeste zeit war glaube ich ich war glaube ich eigentlich im stimmbruch mein gott alter warte mal wann wurde das video veröffentlicht wann wurde das ganze veröffentlicht am 27.01.18 das ist über zwei jahre her ah ja 30 Sekunden warum stellen die da immer kisten in den weg ja weil es halt ein bisschen schwerer sein muss boah wie ich da mit der kamera wackele das kann es sich doch nicht geben äh on road on road wenn ich das video veröffentlicht stell leute dann macht mir bitte einen gefallen und drückt ich zeig es euch nochmal extra hier auf diesem pfeil nach unten dankeschön schaffst du es natürlich saftes ist viel natürlich ja natürlich und geschafft mal gucken die zeit von meiner oma leute runde 1 eine minu 22 stabil von dir ob ich da geredet habe das kann ich mir selber nicht mehr anschauen aber ich sage leute jetzt bin ich jetzt bin ich dran und da war ich schon mit der kamera wackeln ach komm schon heute das video ist die pureste ich kann ja auch nicht mehr reden das video ist die reinste qual für mich so leute jetzt bin auf jeden fall ich an der reihe ich kann ich habe glaube ich vorhin um die stunde gezockt keine ahnung ich habe die zeit jetzt nicht wirklich mit gezählt auf jeden fall ich zocke mit w a s d ja bestimmt leute meine oma die ist irgendwie ich weiß nicht wie die das macht sie zockt mit diesem pfeil tasten ich könnte es irgendwie gar nicht ich bin irgendwie nur wegen vorzauern so halt zog ich mit w a s d und ja geil alter aber grüße gehen raus an meine oma die damals einfach mit gespielt habe wo ich überhaupt keinen bock hat allgemein grüße gehen raus an meine oma falls du hier siehst ja du machst sehr sehr viel für mich also dankeschön dafür ich habe direkt auch schon verkackt na geil aber ich muss ja deine zeit 1 22 knacken und ah genau maus noch das gemeine leute an mir ist ich kenne abkürzung das mache ich jetzt nicht wirklich oder das wäre die ehrenlos der aktion die meine oma noch nicht kennst weil wir gehen hier einfach jetzt mal gechillt vorm gas geil geil dank ey ich war kackt ey nein ist jetzt ganz ehrlich ich habe meine stimme nicht mehr länger mit anhören was boah ich bin schon mit 45 sekunden du bist trotzdem besser was los man steckt an steckt an du mich zu spielen ja aber man weiß dass man sowieso gewinnen wird nein ich habe unter ne minute geschafft ja man schaut mal leute 58 genau keine hauptsache gewinnen aber keine zahlen lesen können genau digger 58 51 ich habe es geschafft leute tolle zeit ja aber meine oma die war damals schon nicht schlecht muss ich sagen also sie hat es eigentlich nur für mich gemacht der hat echt überhaupt gar keinen bock auf aufnehmen der hat das für mich gemacht jeden ach gott vielleicht schon mal wie ich da fahr aber dieser dinge ich mir ach mir fällt es gerade ein leute ich habe ähm schon mal mit obsb live stream wollte das spiel spielen aber das ding ist erstens hatte der pc gar nicht die power gehabt das ganze aufzunehmen und zweitens ich weiß irgendwie das einzige was da ausgeschnitte irgendwie dieses windows symbol da unten links und den rest war irgendwie komplett überdeckt deswegen hat das damals keinen sinn konnte ich damals nicht mit obs aufnehmen ich bin schon mal ein guter fahrer muss ich sagen ganz ehrlich ich lasse es lieber 35 sekunden ok das war meine besten zeit ne ja leute ich habe eine 35er zeit geschafft 35 sekunden hey herzlichen glückwunsch 85 ich muss mir das jetzt merken 35 86 boah mein stimmen russ damals echt schlimm alter warte ich mach mal das k groß ich frag mich halt die ganze was diese webcam hier soll warum hab ich da gemacht ach ak Shake never ask atskill egal jetzt bin ich gespannt leute was für ne zeit ich hingelegt habe 85 86 85, 86 Boah, ich schmatze da voll Alles klar Ich hab den Platz 3 belegt Vielleicht kann man es jetzt so gut sehen Man zieht halt überhaupt nichts Soll ich irgendwas in den Farbeinstellungen Viel zu hoch gestellt hab Ja, der ist 86 Ja, Mann, der von Nein, warum schnach ich so was mit rein Alter, Leute, nicht ganz ehrlich Tschüss Oh, Mann, oh, nein Ach, du Scheiß Ja, Mann, der von Ja, Mann, der von Ja, Mann, der von Das war in diesem Kleinen Special-Video gewesen sein Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da Ja, Leute, Dislike, ey Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es überpassen Dann würde ich sagen, Leute Wir sehen uns morgen in ein zur frische Wiederhaut rein Bis zum nächsten Mal, euer ACKILL Und das beste Intro wieder am Start, Alter Ja Also ich muss auf jeden Fall sagen Für meine Verhältnisse damals Ich war mega, mega stolz Dass ich so ein geiles Video gemacht habe Ist zwar nicht geil Aber Ja, Leute Ähm, auf jeden Fall Was mir aufgefallen ist Die Like-Zahl Ist für damals okay Der einzige Traurige ist, Leute Dass die heutzutage halt immer noch nicht besser geworden sind Ist leider so Also, Leute 15 Likes auf dieses Video mindestens Das Dann überlege ich mir was Ob ich mal vielleicht ein privates Video Was richtig, richtig peinlich ist Ob ich das mal online stelle Aber ja, Leute Baba-Intro damals auf jeden Fall schon mal am Start War damals noch im Stimmbruch Das ist sehr, sehr peinlich Aber ich würde sagen Das soll es für dieses Video gewesen sein Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare Videos reinschauen Auf die ich mal reacten soll Das macht nämlich sehr, sehr viel Spaß zu reacten Aber ja, Leute Ich würde sagen Folgt mir gerne auf Instagram Und auf Twitter Und dann gönne ich mir vielleicht noch mal so Ein paar peinliche Videos von mir Aber Leute Ich würde sagen Macht's gut Bis zum nächsten Mal Und ciao